Sandra, ich habe hier vier Münzen und auf der Rückseite der Münzen befinden sich so kleine Adler. Das heißt, die Münzen können fliegen. Ich darf dich bitten, mal deine rechte Hand hier flach aufzuhalten. Wunderbar. Wenn ich hier einmal leicht schüttel, einmal leicht drück, fliegt die erste Münze unsichtbar in deine Hand hinein. Das heißt, mir bleiben noch drei Münzen übrig. Das ist die erste Münze, die zweite Münze. Einmal leicht schütteln, zack, Münze Nummer zwei. Halt mal beide Hände so schalenförmig auf. Zwei Münzen habe ich noch in meiner linken Hand und zwei Münzen hier in meiner rechten Hand. Noch einmal leicht drücken, Münze Nummer drei und noch einmal Münze Nummer vier. Alle vier Münzen in deine Hand gewandert.